Julien Green, Position Stürmer, geboren, 6.6.1995. Da hat mich Klinsmann direkt angerufen. Das war natürlich ein schönes Gefühl. Und ab da war es dann auch hundertprozentig, dass ich für Amerika spiele. Deswegen habe ich das auch gemacht und dann ging es los. Das war natürlich ein schönes Gefühl. Das werde ich nie vergessen. Ich bin sehr gut aufgenommen worden von den amerikanischen Profis. Alle Betreuer, alle Spieler, alle Trainer haben mir sehr viel Unterstützung gegeben. Ich habe mich in der ersten Minute an wohlgefühlt. Das war dann auch ausschlaggebend für die Entscheidung. Das erste Länderspiel war natürlich ein Traum. Das ist, denke ich, von jedem kleinen Kind ein Traum für seine Nationalmannschaft zu spielen. Und davor 60.000 auflaufen zu dürfen. Das war einmalig und ich bin jedem dankbar dafür, dass er das Vertrauen gegeben hat. Da in die engere Auswahl zu kommen bei den Players, wäre natürlich was Tolles. Wahnsinn, wenn ich auch auf dem Platz meinen Können zeigen kann. Das wäre was Tolles. Ich weiß, 2006 hat es Podolski gewonnen und 2010 Thomas Müller. Das war natürlich eine große Ehre.